Heyo Leute, zu CRIMEX hier, was geht, euch Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute, wir sind heute natürlich mal wieder auf dem Paul Berger RP Server unterwegs, Leute, Link in der Videobeschreibung kommt alle auf den GTA Server, wenn ihr auch mal mit Stani und mir zocken wollt, Leute, lasst ein Like und Abo da und heute gibt's mal wieder ein richtig krasses Pack Opening, weil Leute, gestern, nee warte, wenn ihr das Video seht, ist das schon ein paar Tage her, das neue Auto der Woche ist auf jeden Fall da, Leute, und zwar ist das ein animierter AMG GTA, also sehr krass, ich hab 75 Kisten wieder hier am Start, hab 75 Schlüssel gekauft, wir können richtig durchdrehen, Wir machen 75 Kisten auf, Leute, es wird komplett wild, weil den Wagen, ich glaub, einfach noch niemand hat den so richtig, wir versuchen natürlich wieder der erste Warte! Thuan, Thuan, bist du auch hier? Thuan, hallo? Thuan? Alter, was machst du denn hier? Ich bin hier, Max, um die Kerle auszufordern, zu einem Pack Opening Bandcamp! Alter, du willst ein Pack Opening Battle machen? Ich will nicht nirgends. Aha, okay. Max, wenn du's taffn, besser als ich zu zieren, dann du kriegst den Kallinen gesenkt! Alter, Leute, wir haben den Kallinen noch gar nicht selbst gezogen. Oh, okay, okay, und du hast sicher auch einen Kallinen. Ja, guck doch. Das kann ja jeder behaupten. Alter! Was geht denn? Oh mein Gott! Oh, du hast ja wirklich den Kallinen gezogen. Natürlich, wenn ich will dann. Boah, Alter, Leute, den Wagen brauchen wir unbedingt. Und wenn ich besser bin als du, dann krieg ich den jetzt, oder was? Nein, du kriegst den, umsonst. Alter! Deine! Okay, okay. Ja, ich hab leider nicht wirklich was, was ich dir anbieten kann, Thuan. Wenn ich gewinne, verlässt du die Polizei. Okay, okay, das können wir so machen. Na gut, machen wir so. Leute, ey, dann brauchen wir einen neuen Job, wenn Thuan gewinnt. Na gut, also du hast dir auch schon 75 Kisten besorgt, oder was? Ich hab 1000 Kisten, aber wir lassen nur 75 machen. Ja, wir machen 75, ey, Leute, überlegt euch, wie krank das wird. Dann haben wir einmal diesen neuen, krass animierten Arm-GGTR und den Kallinen. Alter, das wär zu wild. Okay, weißt du was, Thuan? Wir machen einfach auf. Komm, let's go. Benutzen. Okay. Abfahrt. Abfahrt. Oh, let's go. Einfach durchklicken. Einfach durchklicken. Mal gucken, wer was Besseres zieht. Alles klar. Oh. So, gucken wir mal. Als erstes klicke ich. Oh. Ich hab Sand. Oh, ich hab Candy gezogen. Ja, das ist... Also einmal Sand und einmal Dreck. Okay. Oh, hast du... Oh. Mal gespannt. Mal gespannt, wer den ersten Walk-Out zieht. Oh, du klampf und zu blaue ich nicht. Verdammt. Ich würde einfach sagen, wer den Kallinen zieht, hat direkt gewonnen. Äh, ich mein, den Arm-G zieht, hat direkt gewonnen. Außer der andere zieht auch. Ah. Und, ähm, ansonsten, wenn man Walk-Out hat, gibt einen Punkt. Okay, weißt du was? Walk-Out gibt einen Punkt. Wie ist so viel? Walk-Out gibt einen Punkt. Alles andere brauchen wir ihn nicht. Alles klar. Kein Problem. Können wir so machen. Oh. Was, bis jetzt auch noch nix? Autogrammkarte von Timmy gibt Minuspunkte. Ja. Was? Oh Gott. Was ist Minuspunkt? Ah, komm. Oh, Leute. Ey, weißt du eigentlich, dass mein Aventador... Nein, oh mein Gott. Walk-Out, Walk-Out, Walk-Out. Oh nein, ein Punkt. Walk-Out, Walk-Out. Nein. Random Mütze. Eine random Mütze, aber egal. Einen Punkt, Leute. Walk-Out, Walk-Out. Nein, oh mein Gott. Turn auf Walk-Out. Gein Auto. Gein Auto. Und? Was ist das? Mütze. Auch Mütze. Hä? Als ob ihr das gleiche einfach jetzt... Äh, läuft. Ah, ja. Okay, krass. Also 1-1. Heftig, heftig. Aber Turn, mein Aventador, ne, der da steht, der ist one of one. Also den gibt's komplett nur einmal. Uh, kann man den nochmal ziehen? Nee, nee. Der ist, äh, der war nur so kurz da in der Weihnachtszeit. Nur einen Tag, dann war der wieder weg, wurde nur einmal gezogen. Und der ist auch das schnellste Auto. Der ist komplett krank. Ja, okay, fast endlich. Der ist krank. Und ich hab irgendwie so 300 Autos gefühlt gegen den getauscht. Oh, wow. Ach, du hast ihn noch nicht mal gezogen. Nein, nein, ich hab voll viele Autos dagegen getauscht. Eieieiei, aber egal. One of one passt ihn zu dir. Gut. Ja, danke, danke. Oh, verdammt. Pass, Walk-Out. Aber eigentlich die Autogrammkarte von Team. Oh. Alter, okay, beide ein Walk-Out, Leute. Ganz, ganz krass. Wie immer, Leute, gebt natürlich kein Geld für Videospiele aus. Ihr könnt euch die Thaler, äh, die Schlüssel im Thaler-Laden holen, wenn ihr den Server unterstützen wollt. Aber ihr bekommt die Schlüssel eben auch beim ganz normalen Zocken, beim Fahren, Leute. Und? Walk-Out. Fahrzeugmotor, verdammt. Ah, ey, aber die werden für zwei Mio im Shop gehandelt. Also zwei Millionen, wie soll er es das wert? Nicht schlecht. Kleingeld. Okay, für Touren, Kleingeld. Ey, aber das bedeutet 2 zu 1, ey. Touren ist vorne, ey. Das darf ja nicht wahr sein. Man nennt Mick auch den Albtraum jedes Pack-Openings. Verlila. Nein. Los, schnell, Junge. Pack-Opening. Oh, verdammt, fast wieder. Gun-Out, Walk-Out. Wie viele hast du noch, Kisten? Wie viele hast du noch übrig? Äh, 54. Oh, okay. Das ist sogar noch mehr als ich. Ja, du hast ein bisschen früher angefangen. Mach dir den ganz schnellen Hasen. Ich wollte den dir fortletzten lassen. Oh, ein Kleingelds-Autogramm-Karte. Ja! Oh, Ehre. Ey. Okay, also jetzt nur noch 50. Das heißt, ein Drittel ist schon weg, Leute. Mach dir keinen Stress, Max. Kallinen, wenn du den... Kann man den überhaupt noch ziehen? Kallinen? Ja. Ähm, boah, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es die Rolls-Royce-Kiste noch gibt. Oh, verdammt. Oh, nein, verdammt. Walk-out-Walk-out. Ich glaube, es gibt aber gar keine Rolls-Royce-Kiste mehr. Ich glaube, das ist auch vorbei. Walk-out, ja! Nein, eins! Nein! Oh, Mann. Und was kriegst du? Ah, Ländermaske. Alter. Aber gleich eins. Oh mein Gott, das Tour ist zwei Punkte vorne, Leute. Gar nicht gut. Ich hab doch gesagt, Marc. Aber ist natürlich noch alles auf, Leute. Weil... Wer den Wagen zieht, hat ja Instant gewonnen. Ja, ich würd' sagen, Wagen gibt's fünf Punkte, oder? Das ist so, Macke. Okay, fünf Punkte. Wagen gibt fünf Punkte. Oh, ey, Leute. Ich krieg hier grad gar keinen... Ich hatte erst einen Walk-out, Mann. Ach, du Glammkarte von Armin, wer braucht das schon? Ey. Das ist mein Kumpel in Ruhe. Oh, noch keine von Max. Ja, ich sammel die von Max. Guck mal, ich sage, ich werde eh nicht sein mit den meisten Autoglammkarten von Max. Oh, oh. Das tut so weh, wenn du ein Walk-out links und rechts ist und in der Mitte du das schleffende Sand oder so ist. Ah, nein! Da waren zwei hintereinander und ich hab's nicht bekommen. Ja, ja, noch kein Walk-out! 4-1! Ja, ah, 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 ah! Bro, du... Leid ne Mütze, verdammt! Thuan, du hackst doch 4-1, Alter. Ach, vielleicht hab ich den... Boah, Leute, ich glaube, wir brauchen einen neuen Job. Ich muss aus der Polizei raus. Machst du was? Wieder 1-3-2. Noch kein Walk-out! Ja, ey, komm! Ja, ah, 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 ah! Ey, Thuan hackt doch. Leid nehmst du, verdammt! Ich hab halt das Outfit! Ey, 5-1. Oh, Thuan hackt Real Talk. Back-to-back auch bekommen, ne? Das ist so'n, äh, klasse. Magst du den ganzen Tag mal wieder anslängen? Ich will dich doch nicht bei mir vor deinen Zusauern. Oh, ich komm bei mir einfach nicht! Alter, was hat Thuan denn für ein Glück, Junge? Oh, oh, nee, fix wohl. Wärst du nicht eh schon reich, würde ich sagen, geh heute auch Lotto spielen. Ja, ah, ah, ah! Oh, 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 verdammt! Ja, Walk-out, 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 Walk-out! Fahrzeugmotor, Mann! Egal, 5-1. Der ist doch gut, 2 Millionen. Ja, ein bisschen Cash in die Tech, aber ich sag mal, jetzt braucht man noch mehr, den Hauptgewinn, das Auto. Nochmal! Nein! Oh mein Gott, 1-3-2. Ich dachte auch, back-to-back. Das wär' klasse, oder? Das wär' auch krass. Na, Lizenz, Kind sei es. Verdammt! Nein, 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 Leute. Okay, 5-2. Oh, 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 verdammt! Das ist halt wirklich so random. Das ist wirklich zwillig, ne? Nein. Das ist so eklig, wenn man immer denkt, da kommt was, dann rutscht es einfach so weiter. Ja, ja. So eklig. Sehr ekelhaft hier. Komm! Alter, okay, Leute, komm. Also, zwei Drittel sind jetzt weg und wir haben erst zwei Walkouts. Wenn das so weiterläuft, wird das hier nix. Und desto weiterläuft, brauchen wir einen neuen Job. Ja, Doppeltapie. Nein, ist die Autogrammkarte. Oh. Ja, Walkout! Nein, nein. 6-2! Gebt Auto! Oh, verdammt, Fahrzeugmotor! Ah, sche... Ey, aber 6-2... Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich wurde noch nie so fertig gemacht bei einem Pack-Opening-Battle. Ach, so, ich stehe, mich kann man nicht verlieren. Das ist nix... Da muss man sich für nix schämen. Dafür muss man sich doch nix schämen. Ja, stimmt. Dafür muss man sich nix schämen. Bei jedem anderen würde ich mich schämen, aber bei Touren ist okay. Das ist vollkommen okay, meine Brüder. Aber wenn ich heute 10 Punkte mache, Max, dann solltest du nix schämen, weil das ist wirklich lasse Lungen. Ja, aber wenn du jetzt noch Ding Auto ziehst, dann wäre komplett vorbei. Ey, bei mir kommt hier wirklich aber auch gar nix mehr. Oh, gar nix. Aber ganz schwierig, ehrlich. Eigentlich ziehe ich mehr Walkouts bei so vielen Kisten. Das ist schwierig, ne? Das ist krass. Irgendwie die Idee ist ein bisschen komisch. Ey, Bro, ich habe von 75 nur zwei Walkouts bekommen. Oh, Walkout, Walkout. Ja, verdammt. Walkout. Ich bin gleich. Walkout, Walkout. Random Hose. Bro. Wir können meinen Klamottenladen aufmachen. Ja, sechs zu drei. Ey, ich habe schon so lange kein Auto mehr selbst gezogen. Also gehandelt, klar. Aber so mal das neueste Auto selbst gezogen, das ist so krass geworden. Sollte mal ein lustiges Hiss erzählen, ich habe den Kallinen gar nicht gezogen. Ich habe die anderen Leute gezogen, einer hat getauscht mit mir mit für Kallinen. Ja, der hat es schon mal erzählt, du. Aber auch Dummkopf, dass er einfach den Dorn des Cabrio gegen den Kallinen tauscht. Ja, habe ich auch nix fast an. Kallinen viel größer. Natürlich. Und allein schon zu wissen, dass du einen Kallinen haben willst. Ja, ja. Oh, überleg dir mal viel. Du hättest er von dir holen können. Ja, der hättest du richtig. Oh, Walkout, Walkout. Sechs zu dir. Ein Crymax-Comeback. Random Schuhe. Mann, das hätte der Win sein können. Ich hatte kurz ganz gerne. Mann, das hätte der Win sein können. Aber ich kriege auch kein Walkout mehr. Ich habe nur noch zehn Kisten. Ich habe nur noch vier, ey. Nein, verdammt! Komm, noch einen. Noch einen. Noch einen Walkout. Wenn jetzt noch einer kommt, dann muss es der AMG sein. Ey, weil das ist mir langsam gut. Nein, so knapp. Oh. Nee, da kommt hier nichts. Da kommt nichts, Leute. Ja, Walkout! Nein. Sieben, Phil! Komm. Walkout, ich habe auch Walkout. Alle Maske. Random Mütze. Ey. Sieben, fünf. Okay, sieben, fünf. Ja, no way. Sieben, fünf. Bei mir ist letzte Kiste jetzt. Bei mir ist letzte Kiste. Ich habe noch fünf Nuller. Oh Mann, ey. Vorbei bei mir. Bei mir ist es vorbei. Ach. Mann, 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 Mann. Max. Ja. Wie fühlt man sich so, dass man gegen Thorn angeklicken ist und verlohlen hat? Ja, was soll ich sagen, Thorn? Was soll ich sagen? Ich habe dich doch gewarnt. Nein, Leute, jetzt haben wir den Kallinen nicht und einen neuen Job brauche ich auch noch. Max. 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 Wie lange kennen wir uns schon? Von... Ja, so... Sehr lange. Zwei Jahre. Oh, von daher, Max. Natürlich musst du deinen Job Nick aufgeben. Oh. Und natürlich, weil du mein allerbistens auf neuem Bisschen gegen die Kallinen klutzig. Alter. Oh mein Gott, Leute. Thorn ist wirklich der größte Ehrenmann. Noch nie so einen guten Freund wie Thorn gehabt. Alter. Glaubst du, haben die Kallinen für Mick besorgt? Nein, die kommt auf Kullus. Krass. Krasse Kiste. Guck mal, du kannst, wenn du Escape-Muskel drückst, dann auf sicher handeln gehen. Dann können wir den traden. Ja. Oh, ist der. Ah, sicher handeln. Ich habe gesehen. Ja. Oh. F5. So. Okay, und jetzt kannst du dabei Fahrzeugen, kannst du das Kennzeichen von einem Kallinen eingeben. Kallinen, ja. Hat funktioniert. Soll ich dir auch was geben dafür? Nein. Max. Okay, okay. Oh, Leute. Ehrenmann. Handel erfolgreich, Leute. Wir haben einen Kallinen endlich. Ja. Max hat endlich auf Bode gelegt. Oh mein Gott. Ha, ha, ha. Ey, den muss ich jetzt erst mal schön tunen gehen, Leute. Ja, ja. Was eigentlich schon ziemlich eigentlich genau aussieht wie meiner, so komplett schwarz, Leute. Also vielmehr muss man hier eigentlich gar nicht mehr ändern. Vielleicht ein bisschen dieses blaue Ding hier, diese wegmachen. Aber, oh, ja. Wenn du gegen Polizeikämpfe, pass auf, wo du stehst. Äh, ja, keine Sorge. Dann werde ich eh, dann bin ich nicht da. Ja. Ich bin immer Polizist, um irgendwelche Schmalspuren-Hops zu nehmen. Richtig. Und weißt du was? Da, ein guter Polizist, du bist da. Schmalspulen sollten bis klar werden. Das stimmt. Das stimmt. Aber gut, Leute. Wir haben den Kallinen bekommen von Touren, Leute. Und endlich, wochenlang haben wir das versucht, hier den Kallinen zu kriegen. Touren hat mal wieder geregelt. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir nochmal versuchen, den AMG zu ziehen. Kommt auf jeden Fall auf den Paulberger RP-Server-Link in der Videobeschreibung. Checkt Touren aus. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Crymax. Euer Crymax.